also genau genommen hatte ich schon ein paar locations angetestet einfach um zu sehen ob da leute drin sind dann wieder rausgegangen und wenn da keine drin waren wie zum beispiel hier bei diesem auto oder was das gewesen ist dann habe ich die gegend erkundet hier hat mich einen unfall gehabt also nicht ich jemand hatte gehabt ich habe die leiche mitgenommen den inhalt und der altersumfalls hat mich sehr an die geschichte der dreien erinnert die im sumpf feststeckten ich fragte mich ob das ihr fahrzeug gewesen ist das eine wahrscheinlich ist das einfach nur irgendein zufälliger unfall gewesen der sich in der welt von atomer piki ereignet hat der ist auch schon mal besser aus schickert tanklaster er transportiert tabak vielleicht so bahn wo ich weiß nicht wie man das liest wo es sind die grünen linien da habe ich das auch mal kurz gezeigt so das naheliegendste wäre also die verlassene fabrik wo ich die kabel eingesammelt hatte glaube ich und zwar an diesem gebäude hier wahrscheinlich speichern und redan wir treten ich sehe nichts was ist das für eine komische karte das ist das ja ja hier bin ich sein gewesen in dieses gebäude da kann man ganz viele kabel dann habe ich ein bisschen weiter gescrollt und irgendwo in der entfernung leute gesehen und gedacht moment das lasse ich dann für später wo sind die leute schlafen wahrscheinlich schon ich komme noch dahin die zogel hat gall ich die hoell das nicht Ziegeln. So, hier waren die Kabel. Ach, da ist der Mann, den ich gesehen habe und Reiß ausgenommen habe. Hier hinten ist nichts mehr. Gut. Nicht schneller als 50 gehen, werde ich mir merken. Kann man da nicht problemlos vorbeilaufen? Ah, okay, sie bewachen jeden Eingang. Ja, nett gemacht. Und das hier ist eine natürliche Barriere. Heute ist einfach... Bestimmt nach einem kleinen Spaziergang. Hungrig. Ich bin schon wieder hungrig. Einstallen. Perfekt, dann kann ich das Trinken gleich essen. Speichern. Bringt er mich schon? Oder will alle meine Sachen? Werde ja inzwischen nichts Neues. Vor dir steht ein grimmiger Mann mit vorsichtig getrimmtem Halschnitt. Vorsichtig getrimmt. Sein Kopf ist rasiert. Der reine gepolsterte schwarze Jacke trägt. Als er dich bemerkt, spuckt er auf den Boden in der Nähe deiner Füße. Passt seinen Griff um das Sturmgewehr an und sieht dich kalt an. Ich glaube, er mag keine Besucher. Was bringt dich in diesen Teil des Landes? Ich bin gereist. Dich beide Maxi-Küren-Arschloch übernehmen. Ich bleibe höflich. Ich denke, ich sollte gehen. So. Was kannst du mir über diesen Ort erzählen? Eine heruntergekommene Fabrik, die sehr stark bewacht wird. Nun, jedenfalls ist sie unser Hauptquartier. Unsere kleine Armee ruht sich hier nach den tapferen Versuchen, die lokalen Dörfer zu beschützen. Aus. 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 Das könnte gleich ein Kampf auslösen, deshalb gehe ich erst die anderen Optionen durch. Er lächelt leicht und kratzt sich am Kopf. Man nennt mich Koshoi und ich arbeite für den Habe angefangen, bevor der Krieg begonnen hat, nachdem ich aus der Jugendhaft entlassen wurde. Irgendwie traurig, wenn man so darüber nachdenkt. Kein wirklich hochrangiger Dieb, aber er hat eine Vision, weißt du? Einen Plan für alle von uns. Jeder hat einen Plan. Manche Pläne sind nur sehr bescheid. So. Ich habe gehört, dass die Gerüchte über die Existenz von Atom wohl doch bewahrheitet haben. Da fehlt sich. Da fehlt das Wort sich. Ich dachte immer, dass nur Zollschilder glauben. Doch vor ein paar Tagen habe ich mit eigenen Augen eine Truppe ihrer Soldaten gesehen. Sie marschierten durch Otradnir. Das muss das Stadtanfangsdorf gewesen sein. Und fahre nicht aus der Hauptstadt. Das ist die Hauptstadt, da habe ich inzwischen erfahren. Oder irgendeinem anderen mir bekannten Ort. Ja. Wirkliches Gedankenmotor. Was du nicht sagst. Dann habe ich alles durch. Aber wage es nicht, auch nur ein Fuß in unser Lager zu setzen. Dann kann ich vielleicht speichern. Redet er immer noch mit mir? Ja, er... Spuckt immer noch ausgiebig durch die Gegend. Du schon wieder, Wanderer? Hm, zumindest... Ein bisschen freundlicher, theoretisch. Wenn man das so interpretieren möchte. Wo ist die andere Option? Das hier. Du hast die Pi gewonnen? Denk nicht zu viel darüber nach. Oder es wird dich eines Tages einholen. Klar, wir nehmen uns das, was wir brauchen. Und den lokalen Einfallspinseln. Aber dieses Geld investieren wir, um sie zu beschützen. Da draußen gibt es so viele Freaks, Mutanten und kaltblütige Arschlöcher wie uns. Von denen wir sie beschützen wollen. Wenn wir nicht wären, wären diese Bautsch lange tot. Aufgefressen. Und wieder... Oh Mann. Die Umgangssprache ist hier teilweise... Also in einem Spiel von... Rabiat. Wow. Wenn das mal kein wahres Hellentum ist. Hier stimmt was nicht. Klingt in meinen Orten richtig. Nein, ich... Sag das. Das wird sich ganz sicher umbringen. Aber egal. Dann geh zum Doktor und lass dich über... Untersuchen. Also... Was? Soll ich machen? Wenn ich vorbeilaufe, wird mir ganz sicher das Feuer eröffnen. Ich teste das mal. Ja. Hat sogar Ladehemmung gehabt und mich trotzdem getötet. Getötet. Also da darf ich nicht rein. Die... Grund... Botschaft des Spiels ist... Man ist ein Niemand. Also... So wie es eigentlich auch realistisch sein sollte. Man kann sich nicht so viel herausnehmen. Jeder ist eine Bedrohung. Aber eigentlich sollte ich ein... Ich weiß nicht... Rekrut. Ein ausgebildeter Soldat sein. Irgend so was in der Art. Trotzdem... Sind überall... Leute, die zehnmal gefährlicher sind. Eine unbarmherzige, sehr tödliche Welt. In der jeder Schritt der letzte sein kann. Und oft auch ist... Spuck zur Seite. Was haben die alle mit dem Spucken? Ist das ein Spuckwettbewerb? Fremde müssen sie benutzen. Was heißt hier benutzen? Es kann keiner rein. Es darf keiner rein. So, weggehen. Kann ich mich vorbeischleichen zu den anderen, um festzustellen, was sie zu sagen haben? Lalalalala. Sonst muss ich dich abknallen. Nicht so ungut. Weggehen. Ja, das war sehr ereignisreich. Habe ich hier noch irgendwas Interessantes zum Aufdecken. Also, ich habe das Camp entdeckt. Von dem aus, das Dorf bedroht wird. Es sind extrem gefährliche, schwer bewaffnete... Leute. Das hier schaue ich mir ein paar. Wo ich eine ganze Armee bräuchte. Ah, das ist zugefallen. Ich kann da nicht rein. Das hat den Weg blockiert. Oh, diesmal mit Anhänger. Hier haben wir den Bürmel des Anhängers. Ribbit. Und hier sind noch... Ah, gut. Hier ist noch was. Das ich eventuell erkunden kann. Wenn noch... Keine Ahnung. Was habe ich hier? Tatsache. Sonst wäre mir das Kräutermix entgangen. Oh, ich habe noch gar nichts gegessen. Ich muss gleich essen. Kaffee, Tee, Gabel. Ja, ich denke, solange es nicht rot ist, ist es kein Problem. Noch ein Kondom. Hatte schon länger keins mehr. Und Flaschen? Oh, die hätte ich übersehen. Und da hinten ist ein Mülleimer. Was ist das? Das sind keine Raketensilos, oder? Das sind wahrscheinlich Tanks. Also im Sinne von Wassertank. Nicht als andere Bezeichnung für Panzer. Ein Tank. Ein tolles Auto. Ah, ich habe das. Alleine kriege ich es aber nicht zum Laufen. Ich habe den einen Text überlesen. Nur das tolle Auto gelesen. Also man kann das reparieren. Das ist interessant. Das sieht gar nicht wie das Auto aus den Screenshots aus, also aus den Ladebildschirmen. Vielleicht kann man in diesem Spiel verschiedene Fahrzeuge reparieren. Ein Moskw... Ach, das kann ich auch hier unten nachlesen. Ein Moskwitsch 2140. Reparieren. Da bleibt man wahrscheinlich Teile für. Es ist ein Pferdhüter. Und er braucht drei Reifen, würde ich sagen. Gut, dann merke ich mir das für später vor. Und einmal neue Scheibenwischer wahrscheinlich. So, nein, ich habe gerade gespeichert. Weiter im Text.